Okay, Max läuft einfach automatisch weiter. Dann muss ich bestimmt rein. Mit der Waffe voraus, Alter. Einfach fucking Dingsabonster hier. Äh. Stirb langsam. Oh. Ich komme mit der ARCA. Oh damn. Auch versteckt. Hier kann ich nicht rein. Hier ist auch nichts für mich. Oh fuck. Jetzt auch nichts. Könnte ich auch klettern? Nee. Ja, mach lieber dir zu tun, mein Freund. Und wenn du mich verrätst, komme ich zurück. Und schieße dir die Augen aus. Fuck. Oh. Danke. Oh. Ein Schrein für Claudio. Für Claudio. Wir werden dich niemals vergessen, Bruder. Hoffentlich tat's weh. Das war ein Vergnügen. Das war ein Vergnügen. und so zwei drei schuss in dem ball war was denn das schon die frau von dem korb dann was ist das hier am oder was ich hier durch habe ich schon probiert hier wird schon ja ja, would you guys calm the fuck down buddies net this is your turn idiot, you have no idea with whom you are shit Scheiße Oder schneller kassiert als jeder in meiner TS-Zeit Mit G kann ich mich rollen Lieber erstmal schnell in Deck und Jummen Da hinter der Laterne Es ist verboten dem toten Koyoten die Hoden am Boden zu knohen Der Kollege ist auf jeden Fall motiviert Die Ausführung war die komplett falsche Normal mid-game Die Ausführung war die 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 Kniescheiben Alter 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 Werten oder Dollar, Drogen einbannern. Ich habe keine Ahnung gefunden, also habe ich meine Arbeit für die Drogenkrieg. Oh. Guten Tag. Ach, Gang Tag. Ich hab guten Tag gelesen. Guten Tag untersucht. Das heißt, die Gegner werden jetzt ein bisschen heavy. Müssen die schweren Geschütze ausgefahren werden. Mach dich weg von der Scheibe da oben. Mach dich weg von der Scheibe da oben. So viel Sicherheit, es musste Serrano's Pad sein. Seitdem ich in der Stadt war, habe ich gedacht, dass er sich nicht bemerkt, wenn ich ihn zerbreitete und ihn persönlich bedankte, für seine Hospitalität. Es war nicht so, wie er mich nicht erwartet. Fuck! Fuck! Und wo? Ach, Formidate. Oh. 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 Muni aufsammeln. Oh. Hier wird scharf geschossen. Oh. Das wird total. Nice. Mit dir. Ducken. Rolle. Deco. Rolle. 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 Oh. Jetzt reicht ja aber. Rolle. Entdeckung. Ach ja, da oben, mal. Klar. Der Schweine jetzt geht kaputt. Der hat zurück in seiner Mutter verschlagen. Einen Penkeler nehme ich aber mit. Den brauche ich. Hier wird nämlich ziemlich, ziemlich scharf auf mich beschossen. Hast du den netten Raketen einfach nur? Guck dir diese Hackfresser an, Alter. Ne. Nein. Nein. Ich habe das Gefühl, dass der König in seinem Kastel war. Als ich nach dem Platz habe, ich hörte die Vögel. Dann habe ich gesehen, dass Marcello hat mit einer Kastelung mit einer Kastelung mit Fabianos, Giovanna. Ich habe nur ein wenig begonnen, aber die Dinge nicht gut gehen. Ich habe nicht erwartet, dass ich so viele Arme gegründet habe, aber es gab keine Begründung jetzt. Ich würde nur noch mehr agieren, als ich fühle mich. Lass die Begründungen! Lass die Mädchen gehen! Keine Person zu sterben, das alles. Geh mal, du gringos blöckst! Ich werde es tönt! Nicht nur, Mama! Okay! Ah! Deine Mann! Böber! Deine Mann! 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 Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her. And I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Nicht das Grab meiner Frau. If I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Ihr kleinen Drecks Mafia Schweine! I knew I shouldn't have gone there. And that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry. You just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after. I got that feeling too. I started to wonder if my luck was about to run out what I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's it. There's anyone left to identify the bodies with. You good? You good? Yeah, I'm okay. Who lives in the world? Yeah! How do you respond well? You blow the shit! Scheiße! Der Friedhof ist so riesig! Ich muss nach goldenen Waffen ausschreiten. Hör auf auf mich zu schießen, Junge! Holy shit! Ich hab bestimmt schon irgendeine übersehen. Safe call. Safe call. Hab ich schon eine übersehen. Hier mal die andere Kamera in Sicht. Ich bin ein Rechtshänder. Passt los! Auf was schießt du? Genau dann! Da ist was! Da ist was! Ich hab's gewusst. Da ist was! Ich hab's gewusst. Gut sagt. . Ich hab's gewusst. Erg ich bin es dabei. Das ist ein 섞 Very, was du me写e prendre. Ich hab es damit. Untertitelung des ZDF, 2020